Das ist jetzt eure eigene Abfüllung, ne? Genau. Das ist jetzt unsere neue Abfüllung. Single-Cask-Abfüllung, die wir mit Douglas Lehm gemeinsam gemacht haben. Ein siebenjähriger Cruegality. Ursprünglich Börbelfast gereift. Allerdings für zehn Monate über einen Blaufränkisch fast von unserem Winzerjord jetzt aus einem kleinen Kalender gereift. Die Fahrstärkte abgefüllt mit 57,7 Prozent. Das ist etwas Üppigeres. Aber wir finden es wirklich sehr toll. Wie würdest du den geschmacklich beschreiben? Wie würde ich den geschmacklich beschreiben? Er ist sehr, sehr intensiv. Hat wirklich wunderschöne, tolle, weinige Aromen. Hinter noch so leicht die Bittermandeln. Wirklich sehr wärmend bis zum Schluss. Also wirklich ein toller Crème. Wenn es draußen kalt wird, ideal jetzt für den Herbst.